Herzlich Willkommen im Schuhhaus Heimüller. Seit mehr als 80 Jahren bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Markenschuhen für Jung und Alt. Unser Stammhaus in Knüllwald-Oberbeisheim liegt in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A7. Herrenschuhe, Damenschuhe, Sport- und Wanderschuhe, Kinderschuhe für die ganze Familie ist etwas dabei. Bei uns finden Sie Herrenschuhe der Marken Lloyd Camel, Siox sowie 30 weitere Top-Herrenschuhmarken in den Größen 39 bis Größe 50. Unser Angebot an Damenschuhen erstreckt sich von Größe 34 bis Größe 44. Von den Marken Paul Grin, Buffalo, Tamaris und vielen weiteren mehr findet die Frau alles, was das Herz begehrt. Suchen Sie einen guten Wander- oder Walking-Schuh? Bei uns werden Sie kompetent bedient. In unserer Kinderschuhabteilung finden Sie die größte Auswahl der Region. Mit unserer Kundenkarte sparen Sie bei jedem Einkauf mindestens 10 Prozent, bei speziellen Artikeln sogar bis zu 30 Prozent. Kundenkarteninhaber nutzen außerdem unsere exklusiven Vorteilsaktionen. Ob in Knüllwald-Oberbeisheim oder Frankenberg-Eder, unsere Mitarbeiterinnen freuen sich auf Ihren Besuch. Orange World Orange Nord D Gymhage Säng